Das ist doch meine Zeit, er war doch schon mal bei uns. Was, will der schon wieder hier? Stefan sieht richtig gut aus, seitdem er in dieser Klinik war. Er nimmt ja auch schon lange keine Drogen. Der ist mir immer noch unsympathisch. Bernhard, was ist jetzt? Was? Erklingelst du jetzt oder nicht? Ja, läuft die Kamera? Ja, ich hab's auch. Mama, sagst du nichts dazu? Nein. Du gehst nach Amerika? Ja, zumindest für ein paar Semester. Vielleicht kommst du ja auch mal nach Silicon Valley. Also solche Brustimplantate, lehne ich strikt ab. Die benehmen sich wie die Schwuchtel. Jesus. Papa, hab ich dir schon gezeigt, wie das mit dem Zoom funktioniert? Nee, wird dabei nicht das Ding da vorne ganz lang? Und, wie läuft's bei dir so, Benno? Geht so. Ich glaube, dieses hier ist ihm ja besonders gut gelungen. Ja, und dann kam mir die Idee mit dem Eine-Welt-Laden. Auch wenn ihr jetzt sagt, das ist bestimmt wieder eine von Mone-Schnaps-Ideen. Aber ich sag euch, ich zieh das durch. Alles klar. Was machen Sie beruflich? Ich zeichne. Was machen Sie beruflich? Im Grunde ist doch im Grunde was für Schwuchtel. Malte ist ja auch bisexuell. Sag mal, hast du einen MT? Das ist Weihnachten. Sehr richtig, Papa. So was gehört nicht auf den Weihnachtsfilmen. Es ist unglaublich, wie in dieser Familienstruktur die Wahrheiten unterdrückt werden. Also ich bin schwul. Das ist auch gut so. Guter Satz. Das an meinem letzten Weihnachten. Das ist deine Erziehung, Bernhard. Jetzt haben wir eine Schwuchtel im Haus. So redest du nicht mit meinem Bruder, ja? Ein warmer Bruder. Also ihr habt die Wahl. Entweder die Schwuchteln geben oder ich. Ach, eure Gehlung. Mein Mutti, bei mir hört der Spaß da auf, wo das andere Ufer anfängt.